1, 2, 3, 4, 5 Hallo Leute, ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen Rhythmus, der euch dabei hilft, euch zu konzentrieren. Es ist ein Fünffviertel und der Rhythmus ist verteilt auf beide Hände. Das heißt also, ich mache den Rhythmus nochmal und spiele erstmal nochmal langsam für euer Gehör. Okay, so jetzt gehen wir es langsam durch. Haupthand im Bass, Nebenhand auf der Höhe und zwar. Nochmal. Nochmal. Und noch einmal. Alright, jetzt machen wir es gemeinsam, spielen es zusammen, ohne Pause. 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 1, 3, 4, 6 Musik Musik Alright, also, ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag, viel Spaß mit dieser Technik und viel Freude dabei bei der Konzentration. Hier ist Ingo Gutmann.